Nice sand kriegen wir glaube ich auch im ganzen schulker fall ff 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 Da haben wir hier den Stein, da haben wir wieder Dreck. Habe ich jetzt genug Plätze frei, um alle mitzunehmen? Habe ich irgendeinen vergessen zufällig? Nö. Ups. Zu wenig. So. Noch einen. So. Und jetzt werden wir erleben, dass dieses Lager überläuft und ich wieder bauen muss. Oder passt das vielleicht noch so gerade rein? Na gut, die da oben sind auch noch alle leer. So. 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 merken wir uns mal, bis gelb ist leer. So. 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 das herzlichen glückwunsch ich muss hier zwei abreißen. das heißt, dass bis gelb ist leer könnt ihr vergessen. wir brauchen den platz. Und jetzt bräuchte ich auch wahrscheinlich meine Werkzeuge wieder. Definitiv. Ja, dann holen wir erstmal den ganzen Mist. Eine Tür könnte ich auch gebrauchen. Obwohl, muss da jetzt wirklich eine Tür hin? Ja, an die eine Seite muss eine Tür. Fackeln, Kürbisse. Alles, was wir hier unten noch so rumliegen haben. Kürbisse. Euch. Dass ihr euch nicht weggeräumt habt, dann könnte ich euch nämlich alle Nase lang wiederholen. Na gut. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Dann schauen wir doch mal, wie groß wird das? Eins, zwei, drei... Vier... Fünf... Sechs... Da muss noch eine weg, oder? Ja. Ach du Scheiße, und für da oben brauche ich Kabel? Wirklich? Allen Ernst? Ja, naja, ein Stackkabel wird ja wohl noch drin sein. Das heißt, hier kommt dann auch eine Tür hin. Wo haben wir dort? Drei... Vier. Eins, zwei, drei, vier... Da geht's einfach darum, dass wir hier hinter dann auch noch Verbindungen haben. So, reicht schon. Jut, äh, dort. Dort. Für euch. Da haben wir hier auch gleich Licht dran. Ich seh's kaum irgendwann ist dieser gesamte Zwischenraum hier zwischen den einen Gang und dem anderen Gang mit Lagerstätten voll. Irgendwann bestimmt. So... Was ist denn da? So, vier... Eins, zwei, drei... Vier... Fünf... Dann geh' ich noch einen weiter... Sechs... Nee, ich glaube... Hier nach machen wir noch eine. Und dann mach' ich erstmal Schluss, also... Mir wird grad richtig unwohl. Könnte eine Erkältung sein, die sich anbahnt. Ich muss ja heute noch raus, mein dämliches Paket holen. Bläh. Eins, zwei, drei... Fünf... Okay. Ich seh's kommt, irgendwann renne ich durch diese Höhle, seh' hier den glatten Boden und muss mich unbedingt hochbuddeln. Ne, Quatsch. Da hin, oder? Da kommt ne Wand drauf. Na gut. Ich find' das ist richtig hier. Ja. So. Okay. so lassen wir das lager schnell mal wachsen das finde ich auch ganz froh dass das hier unterirdisch ist dort haben wir nämlich dann platz also hier könnte wirklich eine crafting box irgendwo stehen was kaputt gemacht das erklärt es wurde ja wo das licht herkam wer weiß wie viel platz wir heute noch erweitern müssen heute oder das nächste mal so jetzt werde ich allerdings noch nicht den ganzen raum mit kisten voll machen denn so viele kisten haben wir dann ja auch wieder nicht in der vorbereitung so das bleibt jetzt erstmal alles hier weil das könnten wir alles noch brauchen redstone-thronen normale thron redstone normal bloß sparsam mit den redstone tun sein ja da hast du irgendwas verbockt hier das ist eine retzende truhe so erstmal sollte eine ganze weile erst mal reichen ich ja noch weiter gefüllt hier so fangen wir mal hier an und arbeiten und zur anderen hälfte rüber sobald das voll ist werden wir dann den rest der truhen aufstellen hätten wir auch noch eine hinstellen können oder mit vollständig aussieht eine redstone so mein gott so teuer sind die redstone tun jetzt auch nicht wenn der doppelkiste ein eisen mein gott geht gepasst hätte es trotzdem nicht trotz der einen kiste ups falsch rum da wird noch mehr dreck kommen also damit können wir rechnen dass das noch lange nicht alles war sondern vielleicht gerade mal die spitze des eisberges ach da habe ich das jetzt nicht schön ausgesprochen so dann bringen wir die kisten weg und holen ich würde sagen noch eine ladung dreck oder kabel je nachdem was wir zuerst sehen und da sind wir wieder ja ich gebe mir immer mühe das auch noch farblich zu sortieren hier so ok dieses mal ist clean dran auch nicht schlecht ja wenn wir so die drei großen stein sorten schon mal weg haben block sorten dann ist schon mal hier unten so ein bisschen freiraum drin wir dann noch so die häufigen items wie knochen zombie zeug federn raus haben aber schon eine ganze menge